Hallihallöchen und willkommen zurück bei Portal Knights, der Mann mit der Wolldecke im Mund, bzw. ich bin krank. Schon wieder. Ähm, vielleicht mit dem Feuer, mit diesem Zauberstab, vielleicht braucht man Ambust oder irgendwie was, wo man den machen kann. Ja, können wir nachher mal bei uns gucken. Und da sind immer... Oh. Oder nach mitnehmen. Ey, ich wollte Sachen mitnehmen, ey. Kaktus kriegst du auf Wasser. Genau, und das baue ich für Tränke. Na. Schmerz. Weiß ich doch, hab ich dir doch gesagt. Mit dem kaktus. Der kaktus. Mit der kaktuse. So. was denn weiter erforschen ob das portal aber nicht gefunden haben das war man suchen wahrscheinlich dann würde ich sagen lass mal weiter latschen abzubauen also ich weiß ja ungefähr wo immer waffe das hier nicht irgendwo gesehen ist und vorteil ist stand irgendwo oben drauf und dann haben wir hier waren wir schon drin und sich das eigentlich da oben ist das ein turm was das nur eine lücke vielleicht weiter oben irgendwo vielleicht muss man irgendwo nach oben da aus können wir vielleicht das hat gewonnen dazu muss ich glaube ich zwei blöcke gespringen und hier waren wir doch schon ja aber Oli Oli guck mal, wo das Portal sein könnte. Oh! Au! Scheiß der einfach, äh schießt der einfach auf mich. Hatten gesagt, irgendwo konnte was sein, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das so war. War das überhaupt hier? Ja, ich mein schon. Nicht wundern, Fee ist auch... Ja, ich bin ein bisschen gedamaged. Also... Ist nicht so schön, aber naja. Das war jetzt mal durch. Also entschuldigt euch zwischendurch Huste. Lesen kann ich schon gar nicht. Weil wir waren schon so. Ja, irgendwo muss man... Das haben wir von irgendwo von einer hohen Stelle aus gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo. Wir waren irgendwo drauf. Was da oben sieht fast aus wie ein Turm. Also, aus Erde. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier schon waren. Ja, das Blöde ist, du siehst ja auch nicht. Du kannst ja jetzt keine Mäh. Das fehlt mir so ein bisschen, weißt du. So ein Anhaltspunkt, wo du schon geguckt hast. Ich weiß auch nicht. Ja, gut. Könntest du jetzt irgendwas bauen? Damit du... Dann... Anhaltspunkt hättest. Jetzt überall bauen? Ich glaube man könnte bauen. Was ist denn da hinten für ein Gebäude? Wunderschön. Äh... Ja... Hallo, Cladidio Mann. Äh... Drachen Mann. Äh... Drache. Drache Mann. Ja. Ähm... 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 Vielleicht in die Richtung mal mehr laufen? Also hier, wo ich hinguck. Können wir auch machen. Wäre ja vielleicht mal ne Idee. Ich lass mir einfach fallen. Wo wird der Mensch noch? Das war da, ist auf der anderen Seite. Ja, da mal weiter. Ich bin nämlich sehr orientierungslos gerade so ein bisschen. Ja... Alles gut. Ja, schon wieder einer. Ach so. So. Da irgendwo hoch. Schon. Ja, hier vielleicht. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja. Okay. Ja. Warum bist du tot? Weiß ich nicht. Du hast darüber gesprochen haben. Oh, äh... Und so weiter geht bei mir auch gleich. Äh... Ja. 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 Du hast da genug aus. Ja. Ja. Es ist ganz. Ich glaube, ich hab das auch gleich bei dir gestellt. Ah, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das stimmt. dran ich gucke gerade Mottrund doch ich habe ja was so wir essen es hilft auch der Eichhörmann Prozent 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 da bin ich bei der fall aber gar nicht da ist auch noch so eine schwebende insel und irgendwie weiß ich nicht so hat ja alles sehr brüchige inseln hier du bist ein schwemm mit dem bau nie warte ich vielleicht mal nicht da oben drauf mann und boden drauf du bist da hinten kann mein schwert meine zauberstoffe das ist das kommt Warte. Hinten? Kannst du zu mir kommen? Oh. Hinten. Oh. Ist egal. Warte. Hinten? haben alle aus dem volk ja aber hier für radios Vielleicht mal irgendwo hoch hüppeln. Achso, du kannst den anderen auch regeln. Weg ist frei. Vielleicht jetzt hier irgendwo nach oben. Warte. Wieso machst du es so kompliziert? Warum nicht? Ich bin schon oben drauf. Dann kommt man hier noch hin. Ich habe so viel Erde. Wo ist das Portal? Portale Wichterin Fee. Was ist denn von dir aus? Das ist aber von dir aus. Was denn? Das ist schon irgendwie cool. Hier ist Wasser. Da wird wahrscheinlich kein Portal drin. Nein, nein. Ich gehe hier noch ein Stückchen weiter höher. Boah. Hm. Wo könnte das Portal sein? Ja, hier guck mal. Hier sind ja auch so Sandturme und sowas alles. Vielleicht da drunter irgendwo. Weil es sieht aus wie so Kammer. Guck mal, diese Sandturme hier. Ich kann es auch nicht. Ich bin gerade am Feinden. Warte, ich muss eben noch die Schwerter wieder reparieren. Dein Schwert. Ach, mein... Bist du auch Krieger? Nein. Shit, ich habe keinen... Ich hätte noch... Brauch's, warte. Oder was? Doch, ich habe... Warte. Warte, was sagen. Eigentlich hat man ja gemacht. Sie hat nichts noch. Ich hätte so... Hier unten, siehst du diesen Turm da? Da sieht das aus, als ob da, weißt du, wie so eine Tür, die du aufhacken könntest. Was weiß ich meinen? Siehst du das? Oh, guck mal. Oh, wieder runter. Juhu. Oha. Oh, das hat Scham. Ja, ganz so weit runter solltest du nicht hüpfen. Hui. Bist du runtergefallen? Ja, ich warte, komm, ich töte mich. Du brotest ja eh wieder. Shit, ey. Ich will nicht eben gucken, wo war denn das? Ja, wo mein Name ist. Da war das da hinten irgendwo. Weißt du, der eine Turm, der so ein bisschen, weißt du, mit zwei verschiedenen Erden. Oh ja, steht direkt bei dem. Das sah so aus, was war das so ein bisschen wie so ein Eingang aussieht. Ich bin mal am abbauen, aber bis jetzt. Vielleicht bin ich durch. Ich bin durch. Vielleicht etwas tief. Ah, super. Hast du die Schilddrüse jetzt so? Ja, ich bin ja süß. Ich habe eine Panzertrophäe bekommen. Okay. Vielleicht ein bisschen mal nach unten. Dann grab doch nach unten. Ja, da war die Idee. Es war eine Idee. In dem Gebäude hier war mir ja schon eigentlich. die türen so ist kein mpc der wird verrät oder bewährung müssen sehr nahe an dem start point ja ich bin dann gucken ob ich irgendwas sehe was da schon drin auf der seite im gebäude waren wir schon drin jetzt hier noch mal alle geboden habe ich mit dem gegenüber an da war ja jetzt hier wäre unwahrscheinlich gesagt noch zumal da sind noch zwei f ist zum türe aufmachen ich verrät er hat ich darf meine mama hören sollen schließt ich bloß nicht diesen kulisten kultisten an hat sie gesagt man hat immer recht wenn es um kultisten geht vielleicht ist ja nicht zu spät für mich mein holz für ein haustier verkäufer zu werden bruder harry der hat auch nichts verraten außer schuss hat man ja gemacht oder ja hier war doch klar wir wusste auch warum nur noch mal vor Ort war der was du wüsstens ja genau hier war ja nichts wo hier nix aber auch schon mal aber nebenan haben wir auch noch ein aber wir haben einfach zu gucken ich weiß doch gar nicht mehr was wir hier alles gemacht haben aber wir haben schon noch auf den anderen inseln noch andere portale also es gab ja auf den anderen auf einer gab es doch zwei wir weiß doch da wurde das große schloss war glaube ich das große schloss war da gab zwei portale so ein bisschen hier habe ich nur noch ein level ab was du hast oder ich ich hab noch hier ging es runter in die kraft noch vorsichtige viecher respawn da war die genau aber auch zwei vor allem hier lang hier ist nix ich habe gar nichts gemacht da ist irgendwas hochgekommen ich will eigentlich erstmal weiter durchgehen hier war nur die bibliothek und irgendwo ging es aber noch langweilig da hat man da nicht noch was es gab hier mehrere sachen unter ihrem tisch ach ne maus flaschen da war doch jetzt ja nicht abbauen erstmal hier abbauen und dann ich sehe hier nichts mehr ah da Aua bist du schon oben? ja, hochgebaut du hast mir den Weg versperrt Entschuldigung du wirst du dich eh ich will nicht mehr weitergehen eh du wirst die Fee die dich zugebaut hat vielleicht komm ich nicht mal aus ach warte jetzt okay hier war also auch getroh jetzt auch nicht andersweit lang oder da ach so ne war einfach geradeaus da ich weiß nicht ob da noch irgendwo die Tür war ne 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 wo sind diese verdammten vielleicht gibt es hier gar keins hä ach so ich muss ja irgendwie weitergehen ja wir hatten ja auch noch andere Städte wo es zwei Tore gab ne ja den kann ich jetzt gar nicht anfingen hier jetzt aber das ist weil du gerade andere angreifst ne ich hab nur den einen lehrte mich nämlich ich krieg schon wirklich gepackt jetzt gerade kann er ziemlich wechseln nö da drüben sieht es nicht aus wird schon wieder durch was ist denn da unten waren wir in der Minus schon drin? oh oh schön ich bin tot aber wieder? oh ey ja ich finde dich ja ich lauf deinen Namen nach wo muss ja das Tor sein oh war gut versteckt sein öö ich sag mal nein mit der Miene öö ab oder geht's? Aua mach ich jetzt einfach mal hab ich jetzt gar nichts gefunden hat hier normalerweise wir bauen uns ja hoch in der 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 Susse wobei hier stehen schleifstein robelse schnitters warte 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 robelschzuschnitters äh kritische trefferschaden plus 3 Schatz nimm meine hand steht Rüstung 77 Leben plus 16 Rüstung 77 Ich hab jetzt eine gute Lebensregeneration, weißt du? Brauchst du? Ich hab Mana deswegen Kupfererz Und ein Schwachenerhaltrang Geil Warte mal, was hab ich denn jetzt? Das habe ich schon freigemacht Lese Schädlinge Vorsicht Ich hab jetzt ein bisschen mehr Rüstung Ich hab auch schon überlegt Ich hab die an Überleg ich jetzt gerade noch Ausrüsten Hat 104 Jetzt hab ich kritische Treffer Plus 3 Aber dafür weniger Leben Aber Rüstung ist Plus 3 Prozent Resistenz gegen Erdschaden Ja, wir würden das Krieger sein Ja Da geht ein Loch runter Dann gehen wir erstmal hier lang Jo, gut Da geht's Uns nichts Nicht so gut Da ist auch nochmal eine Truhe Ja Ja, Raketen Geil Ich hab ne Kapuze gefunden Ah, die hab ich schon Dann waren wir doch schon mal hier Ne, heißt das nicht 77 Und zum Beispiel das Brustding Hatte ich vorher nicht Hier geht's auf jeden Fall Nur Auer Doch, da hab ich mal ne Eule Ach, die hab ich ja gar nicht Ich wollte die Eule Ich hab sie doch gar nicht Wie sie würden damals hier hochgekommen Keine Ahnung Was einfach nur nebengeboren, da ist noch Platz Da kommt es auch hoch Liebe Fähne Bis dahin Das war die Eule